Der Gesundheitsschutz, ja, legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde ein. Ja, das wird man natürlich nicht machen. Ubisoft, was spielen wir? Was ganz Tolles. Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohl wissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir als bald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz unter Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohlflurierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser Eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu den Tagen, an denen machthungrige Neide auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Als schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten, alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst Anno 1602. Ich liebe dieses Intro. Eines der, ich würde sagen, geilsten Spiele neben StarCraft und WarCraft und, keine Ahnung, immer noch für mich eines der geilsten Spiele. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen The First Minutes of Gameplay. Okay, wir sind wieder auf dem PC, wir spielen heute Anno 1602, wir spielen die Anno History Edition, da ist 1602, 1701, 1403, nee, 1503 und 1604 oder 1406, keine Ahnung. Ich habe die gerade nicht mehr im Kopf, aber die ersten vier Anno-Spiele sind da drauf und ich habe mir gedacht, alter, das schauen wir uns mal an. Wir können natürlich erstmal in den Optionen hier rumtun, aber das machen wir jetzt hier nicht. Es ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen Dingenskirschens hier. So, ja, das Intro brauchen wir uns nicht mehr anzugucken, dann haben wir hier mehr Spieler und Einspieler, ich würde sagen, wir machen Einspieler. Und, ja, wir haben hier, ich habe immer das Endlosspiel gespielt, um zu gucken, was kannst du machen oder was tue ich. Und das Geile ist, zu diesem Zeitpunkt, als ich dieses Anno gesuchtet habe, war ich als Beruf Landschaftsgärtner. Ich war zu diesem Zeitpunkt wirklich Landschaftsgärtner. Und ich würde sagen, wir machen hier mal die Ein-Dingenskirschens, wir machen mal hier das komplett durch, damit haben wir eigentlich schon genug zu tun. Und, ja, wer spielen möchte Anno 1602, gibt es bei Ubisoft für 15 Euro, glaube ich, hat das gekostet. Nennt eure Namen, ist ja klar, dann machen wir hier Patrick Patrul. Wählt eure Farne. Wählt eure Farne, ich bin natürlich weiß. Vor euch liegt eine neu entdeckte Inselwelt. Gerüchte besagen, dass auf einer Insel ein Erzvorkommen liegt. Erkundet die Inseln, um den besten Platz für eure neue Siedlung zu finden. Machen wir, machen wir. Ich lese das, was jetzt hier steht, nicht vor. Also im Großen und Ganzen, das Einführungsspiel beenden, machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt folgendes machen. Hier haben wir die Übersichtskarte. Also, wer Anno 1602 nicht kennt, Leute, mal ganz ehrlich, hier können wir noch zoomen. Da haben wir alles ein bisschen im Überblick. Hier können wir dann die Ansicht drehen. Hier sind verschiedenste Optionen. Und wenn Sie auf eine Übersichtskarte klicken, können Sie schnell an verschiedene Orte springen. Zum Beispiel gehen wir hier hin. Sind wir hier, sind wir da hin, sind wir da. Hier ist unser Schiffchen. So, ich bin gerade überlegen, war das die linke oder die rechte Maustaste? Das war die rechte Maustaste. So, wir, ähm, müssen wir ganz kurz gucken. Ja, die Pfeiltasten waren noch zum Bewegen. Das war richtig. Ui, 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 ui. Setz die Vorsäge! Setz die Vorsäge! Ich liebe dieses Spiel. So, und jetzt können wir hier, können wir die Unsel erkunden. Also, für die Leute, die Anno nicht kennen, sollte es sein. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Das Geile ist, da unten steht dann, äh, die Anbaumöglichkeiten auf dieser, äh, Insel sind erkundet. Ja, wenn wir da drauf gehen, sehen wir, geeignet für Kakao 50%, Baumwolle 50% und Gewürze 50%. Bedeutet, wenn wir hier Kakao, Baumwolle und Gewürze anpflanzen, geht uns die Hälfte der, äh, der Ernte kaputt. Wir suchen aber eine, so, wir machen mal weiter. Kein Erz auf dieser Insel suchen sie woanders. Leider hat ihr Erkundschaftler auf dieser Insel kein Erzvorkommen gefunden. Also, wir suchen ein Erzvorkommen. Dann gucken wir mal, da könnte ein Erzvorkommen sein. Bin ich überhaupt noch mit meinem Schiff verbunden? Das bin ich. Dann schwimme ich mal daher. Und dann erkunden wir das Ganze mal. Es ist richtig schön, ich hab das geliebt. Ich hab hier Bäume aufgebaut, ich hab hier eine Stadt hochgezogen. Natürlich alles im friedlichen Modus, das Ganze ohne Piraten und so, weil ich hab gesagt, nee, ich mag einfach nur, das war, ich hab einen stundenlang hier in Anno 1602, damals auch unter einem Windows 98 Rechner. Leute, das war ein Windows 98 Rechner. Wir hatten damals Probleme, das, glaub ich, unter XP zum Laufen zu kriegen. Boah, waren das Zeiten. So, jetzt überlege ich gerade, wo sind wir mit dem Schiffchen? Und jetzt, wo sind wir mit dem Schiffchen? Da kommt mit dem Schiffchen angedankt. Hier. Wollt schon sagen, wo bleibst du denn, Junge? Wir sind ja schon hier. Ich liebe das Spiel, hab schon schon gesagt, ich dieses Spiel liebe. Das ist zum Beispiel sehr geil, um da ein Konto direkt reinzukommen. Also prügeln. Jetzt sind wir nämlich auch in der Nähe der Erze. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. Oh, das ist gut. Früher wurde dann immer hier ein Video eingeblendet. So, wir können hier zu 100% Tabak, zu 100% Weintraub und nur zu 50% Zuckerrohr. Wenn ihr Schiff auf einer Küste der Insel steht, können sie diese erkunden. Dadurch verfahren sie... Ja, das habe ich doch hier, da. In die Wanden. So, hier. Und jetzt können wir den Konto errichten. Das ist hier. Ui, da. Und wir können dann die Waren austauschen. Und zwar brauchen wir natürlich Werkzeug. Wir brauchen Holz. Und wir brauchen Nahrung, damit wir hier was reißen können. So. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Grundstein für Ihre Stadt gelegt. Wie es weitergeht, erfahren Sie im Kapitel Besiedeln. So. Wir können eigentlich jetzt theoretisch, ich weiß gar nicht, ob das geht, hier einfach hingehen und weiter loslegen. Und dann hier Gas geben. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir sind erstmal beim Besiedeln. Weil wir sind ja das Tutorial, machen wir hier durch. Ihr habt eure Besiedlung einer Insel entschieden und bereits ein Konto errichtet. Nun werdet ihr eine kleine Siedlung aufbauen und die Produktion weniger Bedarfsgüter für euer Volk sicherstellen. So. Wieder Partipatool. Welche Farbe soll euer Partizieren? Wir machen jetzt mal gelb. Ey, wo ist mein... Ihr habt euch für die Besiedlung einer Insel entschieden und bereits ein Kontor errichtet. Nein, da. Ihr werdet nun eine kleine Siedlung aufbauen und die Produktion einiger Bedarfsgüter sicherstellen. Aber übrigens mit dem Mausrad kann man scrollen. Also zoomen. So. Den Baumodus aktivieren. Dann aktivieren wir diesen Baumodus. Wir gehen hier mal auf die Farben. Nachdem sie nun ein Konto errichtet haben, können sie sich daran machen, ihre Siedlung aufzubauen. Zunächst sollten sie ihre Versorgung mit Holz und Nahrung sicherstellen. Wenn die Reserven hier im Kontor halten, nicht ewig, bauen sie eine Forsthalle, ein Forsthaus und ein Waldgebiet, dass möglichst viele Bäume sein Einzugsgebiet, das ist das Gebiet, innerhalb des Markierungen liegen. Äh, was meint ihr damit? Ganz einfach, wenn wir hier hingehen, sehen wir hier quasi um unser Forsthaus drumherum, also ich sage nochmal für die Leute, die keine Ahnung spielen, Das ist der Bereich, in dem sich der Förster bewegt, in dem der Förster arbeitet. So. Dann müssen wir hier zum Hafen. Dann müssen wir hier ein paar Fischerhütte bauen. Die bauen wir hier. Straßen. Dann bauen wir diese hier. Weil wir müssen ja den, ähm, das Holz zum Kontor bringen. Dann haben wir hier öffentliche Gebäude. Dann haben wir hier öffentliche Gebäude. Bauen sie jetzt die Hausung und ihre ersten Siedler errichten ihre, ja, was auch das Geil ist, manche Leute, das auch Gott, ich weiß gar nicht, wer das war. War das so? Und eins, zwei, drei, so war das, glaub ich. Und dann haben die innerhalb darin die Bauhausung gebaut. Gott, ich weiß nicht mehr, wie das war. So, die Info, ähm, Modus. Bitte auf ein Wohnhaus klicken, das tue ich doch. Hier, ihre Bürger, ihre Bürger benötigen Stoffe. So, bedeutet, ich gehe wieder zurück in den Baumodus. Werde hier eine Farm errichten. Die mache ich da oben hin. Dann gehe ich hierher und ein Webhaus. Das hat eine riesige Weichreite, eine Reichweite. So, jetzt haben wir hier, äh, zu wenig Holz. Oh, wir haben zu wenig Holz. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis genügend Holz da oben ist. Achso, ich hab ja schon. Okay, Entschuldigung. Äh, wir gehen immer zurück in den Baumodus. Ich hab grad Scheiße gebastelt. Und wir machen einen Marktplatz. Der braucht aber jetzt 10 Holz. Den haben wir noch nicht. Dann warten wir. Der Marktplatz tut uns auch die Sichtreichweite. Also, wenn wir hier hingehen, das ist unser Sichtradius. Weiter können wir nicht bauen. An diesem Sichtradius können wir bauen. Wenn wir aber hingehen, einen Marktplatz errichten, zum Beispiel hier, erweitern wir das Sichtfeld der gesamten Insel und können überall dort bauen, wo es sichtbar ist. So, guck ich mal ganz kurz. Muss man warten, bis wir Holz haben. Wir können mit den, ähm, F-Tasten, ähm, F5 bis F7, können wir machen. Dann sind wir jetzt bei F5, F6, F7. Und dann sind wir jetzt bei den schnellsten. Das Ding läuft jetzt richtig schnell. Und wenn wir dann 10 Holz haben, dann würde ich das Ganze nochmal auf Normal stellen. Das Schöne finde ich immer, dass der, so warte mal, stopp halt, 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 stopp, bobo, 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 bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Und zwar habe ich überhaupt nicht, so doof in den Raum rein gefragt. Ich sage einfach mal ja. So, Baumodus aktivieren, dann sind wir da. Ja, wir haben aber noch einen, fehlt uns, noch einer fehlt uns, einer fehlt uns. Und wenn wir nicht genügend Ressourcen haben, blinkt unser Gebäude. Das heißt, wir können es nicht setzen. Haben wir genügend Ressourcen, ist es sichtbar. Also bleibt es permanent sichtbar. Nochmal, bevor jetzt jemand hier... Ich gehe davon aus, dass es einige Leute gibt, die Anno 1602 nicht kennen. So. Jetzt hört man immer schön diesen Baum fällen, das finde ich ganz gut. Das Schöne ist, die Bäume wachsen alle nach und man kann immer wieder fällen. Das heißt also, wenn auch hier alles abgerodet wird. So, jetzt haben wir genügend Ressourcen, ich kann das bauen. Hey, wir haben einen Marktplatz, da können wir handeln mit allen Gegenständen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier hingehen, wir können hier auch jetzt bauen. Hier in dieser Umgebung. So. Ihr besitzt jetzt genug Wissen, um die Siedlung aufzubauen. Ihre Bevölkerung zu versorgen. Im Kapitel Diplomatie und Handel erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Mitbewerbern Handelsbeziehungen aufnehmen. Ja. Das machen wir auch jetzt. Wir sind natürlich wieder in der Pantikpartout ohne Hashtag. Und da wir jetzt da, gehen wir jetzt rot. Was ist denn jetzt kaputt? Und Ausbau eurer Siedlung werden Ziegel benötigt. Vorläufig müsst ihr diese importieren. Ja, das habt ihr. Wenn kein Werk, der auf eurer Insel vorhanden ist, beginnt eure diplomatischen Beziehungen und bietet ein Handelsabkommen an. Ich wollte es doch erklären. Mensch, bitte die Rechte. Raustost, Raustost, hier. So, ich werde ein Handelsvertrag angeboten. Ähm, wo haben wir jetzt hier Handelsvertrag anbieten? Ähm, ja. Äh, super. Wir haben hier einen Friedensvertrag. Einen Handelsvertrag. Und hier sehen wir, ob wir den Dinger gut für Tribut anbieten. Ja oder nee. Ähm, Tufte. Äh, bitte Rechte-Maus-Taste klicken. Auf Kontor des Handelspartners klicken. Das tue ich. Klicken Sie bitte Ihr Schiff. Ja, ich bin hier, da. Nein, da. Hallo. Setzt neuen Kurs. So. Ware. Austausch. Wir. Wollen, was wollen wir denn? Gehen wir mal weiter. Ja, die waren so festig. Ganz schön. Ähm. Was will der Mann eigentlich? Sie können jetzt die Stoffe aus dem Konto in den Lagerraum Ihres Schiffes machen. Also er will Stoffe haben. Das machen wir doch klar. Zehn Stoffe, zwanzig Stoffe. Wie viel braucht er? Wie viel braucht er? Die das da? Klicken Sie in Bedarfsgüter. Auf Bedarfsgüter. Und danach so lange Waren es durchgehen, bis Sie an Symbolstoffe kommen. Erkennen Sie. Klicken Sie es an. Ähm. Mit Ware zum Schiff laden. Das machen wir ja gerade. Wird mit jedem Klick eingestellte Handelsmenge in das Schiff geladen. Dann laden Sie den gesamten Bestand Ihrer Stoffe in das Schiff. Das mache ich. So. Und jetzt zum Kontor des Gegners fahren. Ankerlichten! Ankerlichten! So. Das ist hier oben. Da steht aber jetzt ein anderes Schiff. Hier. Ist egal. Wir werden ankerlichten. Stoffe sind Mangelware. Ja, aber ich soll ja hier... Waren handeln. Dann, äh, machen wir hier alles rüber. Da alles rüber. Und, äh... Okay, das scheint schon Rolfen zu haben. Äh, fahren Sie nun zu Ihrem Konto zurück und die angekauften Ziegel. Das werde ich tun. Hallo? Ja, 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 ja. Warte mal, wo ist mein Konto? Hier. Hallo, mein Schiff. Mein Schiff. Mein Königreich für ein Schiff. Komm her! Setz die Vorsäge! Ja, und dann laden wir die Ziegel natürlich wieder raus. So. Und dann erstmal die Ziegel. Sehr gut. Und dann das da. Ja. Äh, Sie wissen jetzt, wie wir mit Waren versorgen können. Ja, wir können aber auch einfach hingehen und sagen, wir bieten Waren an, die wir verkaufen. Und suchen Ware, die wir wiederum einkaufen. Das können wir natürlich auch machen. Aber ich glaube, das wird hier und gleich passiert. So. Seeschlachten. Oha. Assassin's Creed Black Flag. Die Leute, die Leute jetzt 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 hier. Welche Farbe soll euer Beinheit zauern? So, klauern wir noch nicht. Hallo, wieso? Ein feindliches Schiff ist in eure Gewässer eingedrungen. Ja. Was? Was? Kanonen einsatzbereit machen. Das mache ich doch hier. So. Den Gegner mit dem großen... Das ist hier. Voller Breitseite. Okay. Ankerlichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber... Takt dich zum Enden. Takt dich zum Enden. Ich glaube, wir gehen jetzt unter. Was? Mit beiden kleinen Schiffen angreifen? Das mache ich doch gerade. Takt dich zum Enden. Tersäck die Landraten. Jawohl. Macht das weg hier. So. Patronien festliegen. Äh. Patronien. Punkt. Ähm. Das ist dann hier. So. Patrouille. Nach. Okay. Ah. Sie wissen nur, wie sie Handzrudeln. Roden. Rodeln. Vor ihren Freunden aus Piraten schützen können das Kapitel Landg... Landgefechte können sie das... Also wir haben die Seeschlachten schon durch. Das geht recht schnell. So. Landgefechte. Unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Unter der Weißen. Wir gehen in den Kampfmodus. Der Feind wurde gesichtet. mit dem Schiff an die Insel fahren. Ja. Ja. Äh. Wollte ich gerade. Warum hat der sich jetzt hier... Ankerlichten! Warum hat der sich hierher jetzt bewegt? Ankerlichten! So. Alles ausladen. Das tun wir. Alles markieren. Äh... Schiff ankerlichten! So. Jetzt, ähm... Auswahl der Kavalli... Was? Auf Kavallerie beschränken? Das machen wir. Mit den Kavallaristen den Gegner angreifen. Das tun wir! Attasche! Äh... Attasche! Zu diensten, mein Fürst! Attacke! Für unseren Herrscher! Jawohl, mein Fürst! Für unseren Herrscher! Ja, für mich! Hier, zu diensten, mein Fürst! Mach den kaputt! Für unseren Herrscher! Jawohl, mein Fürst! Für unseren Herrscher! Für unseren Herrscher! Ja, mach den Brot! Ah, gut! Hab ich besiegt! Sehr schön! Ja, wir können uns unsere eigene Welt erschaffen! Ah, geil! Wir haben das Einführungs... Die Einführung kommen wir durch! Find ich ganz gut! Nach langer Reise... Hier geht's dann noch Original-Szenario... Hier können wir dann noch Kampagnen durchspielen... Äh, was haben wir noch? Neue Abenteuer... Wuii! Das ist aber eine ganze Menge! Also, da haben wir... Das ist ja geil! Das ist schön! Ja, und dann würde ich sagen... Gehen wir zum Hauptmenü zurück! Und das war's auch schon! Weil ich wollte ja nur die First Minutes... Die ersten Minuten zeigen... Hab dann mal gerade... Das Einführungstutorial durchgezwibelt! Ich danke euch fürs Zusehen... Und ich würde sagen... Wir sehen uns im nächsten Video wieder! Bis dann! Euer Patti Patool! Bye, bye! Bye! Bis dann!